umfährt und dann noch mal aufdreht ja anfangen schneide ich glaube ich ein bisschen zusammen wenn ich sie nehmen nein mango ich bin hier gespawnt ich habe nur meinen TASK du hast gesagt Amarillo steht da drin und da wo ist Amarillo hin? ich bin immer noch hier Amarillo hat gesagt der ist da gespawnt ich kenn mich grad nicht aus um was ging es ha? ich glaube wir gehen ein Boot fahren oder? ja komm ich lass euch allein das Boot ist weg ja ne das Boot ist weg ich hab die Leiche von Rose in den Pyramiden am unteren Eingang gefunden und gar keinen gesehen ich weiß dass Rillo ich weiß dass Rillo und Trex gerade Boot fahren gehen wollten ähm das Boot ist abgehauen ich bin gerade im Eiertempel und gepartigt und wie ist das? da hast du deine Eier von im Eiernnimmchen hast du? aus gepartigt aus gepartigt ich hab ne Xaxxer gesehen was? aha Xaxxer wer hat mich gesehen? Dragon Dragon hast dich gesehen Dragon hat mich gesehen ja tatsächlich hab ich auch nur Dragon gesehen aber ich ähm kann keine dieche bunte Stimme machen auf diese dieche bunte Einhorn also du musst was kommt vielleicht mit dem Kostüm du musst tatsächlich noch jemanden ja ich hab dem Kostüm kurz Eier abgehakt Dragon ganz ehrlich ganz ehrlich ich hätte dich gekillt ich hätte dich eiskalt gekillt ich weiß ich glaub ich hab noch irgendwen gesehen aber ich hab keine Ahnung vielleicht Trex oder so ich weiß es nicht wieso ich jetzt plötzlich oder Amarillo irgendwie hast du noch durch mich durchgelaufen so wie immer ja ja das ist bei Dragon aber nix neues dass Frank ruhig ist aber er hat sich trotzdem vollputzen kann er hat sich gar mit xx Kind oder 4 Jahren gesehen so schlimm also ich pass auf ähm ja 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 Ja, Lippi, ich gebe dir vollkommen recht, da ist eine Leiche, die du einfach ignorierst und drüber hinweg willst. Ich dachte, ich report sie machen. Ich wollte dich gerade lupen, damit ich die Leiche reporten kann. Ich hab mich ein bisschen erschrocken, dass du mich verfolgst. Ich hab mich ein bisschen verfolgt gefühlt. Hat jemand Infos über Dragon und Xaxa? Ne. Also ich hab Dragon und Xaxa verlassen, da haben die noch gelebt. Xaxa hat gerade davon erzählt, dass ihm die Mumien nichts kann. Ähm. Ja, das war's dann aber auch. Ich vertrau irgendwie Lippi nicht. Ich hab noch keinen gesehen. Was hast du gesagt, Arello? Warte mal. Warte mal. Lippi kann kein Schriftgeld machen. Es sei denn, die waren lauer. Ne, haben wir nicht. Was ist, wenn die, wenn die beiden sich geschärft haben und vorn lag die Leiche? Die Leiche lag, ähm. Die Leiche lag von Lippi getötet, ja? Lippi hat sie einfach ignoriert. Nein. Ich hab die Leiche ignoriert, ja. Die Leiche lag zwischen Basar und Einbasierungshaus. Ähm. Ich hab die Leiche ignoriert, weil ich von vorn verfolgt wurde und mich ein bisschen bedroht gefühlt habe. Also, ich hätt, ähm, ich hätte die Leiche eben jetzt abgewartet und hätte die Leiche dann reportet, falls, damit ich nicht getötet werden kann. Irgendwie glaub ich nicht, dass... Und reporten kann, bin ich zu dumm, um dafür die R-Taste zu benutzen. Also ist laufen und reporten nicht so einfach, dass ich gleichzeitig kann. Ich glaub irgendwie, dass Lippi's Hass ist. Ich glaub, dass sie aus nem anderen Grund das nicht gemacht hat. Weil wir haben, glaub ich, noch Pelikan drin. Ich bezweifle, darf ich noch irgendwie so viele Kills so schnell passieren. Und meine Theorie wurde bestätigt. Ein Skip. LOL Lippi, ich will ja nicht sagen. Lippi, ich will ja nicht.